Ahoi, Ahoi ihr Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play Godzilla. Doch diesmal sind wir nicht als Godzilla unterwegs, wie diejenigen, die wir in der letzten Folge gesehen haben, die wissen das ja bereits. Wir sind als Geigen unterwegs und ja, diesmal würde ich sagen, nehmen wir das Gebiet wieder, wo Mechagodzilla ist. Gut, wir haben einen Anführerwechsel, soll mir egal sein. Es war mein Bestand, um zu dieser Position zu kommen. Ein Kaiju hat eröffnet. Genau, es ist ich. Naja, versucht diesmal. Captain Kedda's Eich ist unterwegs. So, wir lassen es mal wieder gemütlich, ich muss gehen, machen wir mal ein paar Tanzerplätze. Warum machen wir eigentlich nicht schon direkt alles Platz? So, Quatsch. Wir sind doch dazu da, um alles Platz zu machen. Das Bauamt hat uns doch extra beauftragt, hier alles Platz zu machen. Was war nochmal das Ziel? Genau, Panzerzerstunde. Ich habe jetzt den Polizeiwagen gesehen, deswegen war ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob man nicht auf dem Polizeiwagen oder so Platz machen musste. Äh, so, guck mal ein Gebäude. Und die Stange war auch noch kaputt. Zack! Ach, guck an, ein Gebäude. Was machen wir damit? Fichtig. Kaputt! Das war, glaube ich, ein Tag nicht so cool. Nein, es hat noch gepackt. Oh, ey, wenn wir jetzt durch diese blöde Sequenz... Ja, bla bla, jetzt zeigt doch schon endlich, wer kommt. Es ist Michael Godzilla, wie unerwartet. Ach, ruhig doch mal vor Freude weiter auf den Reaktor. Oh nein, ich muss eigentlich nicht schaffen. Oder doch? Sehr schön. Ja, komm, wir werden den Generator mit einem Bonus von 1,89 machen. Sehr schön. Das freut mich gleich. Ach, dann ein Auto. Ach, nee, hier ist ein Hottokoffelkopter, ey. Ach, nein, ich bin hier wieder meinen Bonus. Nein, doch. Arrrr. Ich muss aber selber auch mal in die Sachen hier kaputt machen. Verdammt, noch mal in meinen Job. Das war jetzt ein bisschen doof, aber egal. Zack. Oh, er wieder mit seinem Schild, weißt du? Kippt ein Schnuppe-Kuppel. Ey, ich wollte doch gerade... Mein Gott, wie darf man nicht mal hier in Ruhe ein paar Gebäude platt machen? So, wo ist er? Da... Habe ich jetzt noch ingedrungen, oder war das der Rock der Vorfahrt? Dann irgendwie rein schützen. den habe ich sowas von in die ecke gedrängt auch wenn er mich doch nicht man ich will doch nur den bonus aufrechterhalten ja genau da liegt er am boden ja und dann habe ich ihn gesägt nein schön bevor ich den bonus verliere mache ich doch mal eben den reaktor platt so zack und jetzt noch nie ein mechagodzilla ganz genau schätzelein was soll das denn das wollte ich doch gar nicht ja genau ich könnte auch nicht glauben wenn ich sie sehen würde aber ja ich bin wirklich so awesome vielleicht schon mal ein paar gemütliche panzer wieviel haben wir 9 von 13 das ist bei weitem natürlich noch nicht genug stehen hier noch ein paar panzer ist das richtig auf der karte ich sehe es einfach karte aber ich sehe es hier nicht vielleicht sind doch einfach nur dekorative kleine kuppel die auf dem boden liegen ich weiß es nicht ah da haben wir doch noch ein paar panzer sehr schön so bevor ich jetzt da hinten hingehe sollte ich aber mal vielleicht erstmal hier vorne alles es gibt noch so viele dinge zu zerstören zum beispiel dieses haus das ist dafür dass sie mich beim vorstellungsgespräch abgelehnt habt von wegen ich passe hier nicht ins gebäude rein so ein quatsch ich hoffe ich hier rein pass so dich machen wir auch platz ich bin geil genehmig lustig also ähm erstmal weil ich den move hier besonders lustig finde das sieht schon sehr amüsant aus und vorgeilgern sowieso ein lustiger spielgeselle ist da habe ich habe daneben gezielt nein ich habe da noch nicht noch einen sehr schönen ja jetzt habe ich aber daneben getreten schön ach ich hätte das so mal sehen wir es dann nicht den roundhouse kickkurs von chuck norris schwänzen sollen so mal gucken ob ich diesmal einen etwas besseren bonus hin kriege so mal gucken ob ich diesen mal einen etwas besseren bonus hin kriege so gut oh gut jetzt kommt wieder die tolle musik oder so gut so gut so gut so gut So ein Quatsch, Marken. Moment, ich weiß, es steht noch ein Gebäude, aber so, ich wollte nämlich den Zusatz-Monus-Hände halten. Zack. Na komm, dreh dich, dreh dich. Oh, 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 ob das noch passiert? Komm, 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 komm. Oh, das war knapp. Dann fasst er ein bisschen zu knapp auf den Sack. Oh, muss ich das Geschütz das einmal rumdrehen, dann kann ich mich gar nicht beschießen. Oh, das kommt mit deiner Seele weh, Mensch. Scheiße, ich hab doch nicht die hundert Prozent. Aber ist mir ausnahmsweise egal. Finde ich jetzt doch, wo ich den hohen Bonus habe, den Reaktor zu stören. Sehr gut für den das Schild ausgekonnt hat mit meinem Twister. Oh, 3,8, das wird schön. Hey, und das ist weg. Wo habe ich es jetzt vergessen? Ich sehe es nicht, seht ihr es? Ja, keine Ahnung. Irgendwo werde ich was vergessen haben. Leider. Deswegen ist es ja schon nur 96 Prozent, aber dafür haben wir 7,66 Prozent an Kraft gewonnen. Hurra! Auf zum nächsten Level! Hm, hier war ich in beiden noch nicht. Nehmegebiet Nummer 9, würde ich sagen, oder? Das sieht lustig aus. Genau, es ist dich. Ja, ja, bla bla bla. Oh, oh ne. Ich hasse das mit der Aufzeit. Auch wenn ich schwören könnte, dass ich in diesem Gebiet gerade eben erst war. Aber mit ein bisschen anderer Zielsetzung und ohne diesen dummen Shutdown vor allem. Ja, wir machen erst mal wieder. Oh, Hilfe, mein Hals. Hui! Habe ich das in Kapstex gestört? Ich hoffe doch. Auf zum Generator! Oh, ich habe mich nicht zu vor gezündet. Nein. Hat gerade gerade noch gereicht. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass es beim Rest auch noch reichen wird. Juhu, es hat gereicht. Schönes Ding. Zack, zack. Ja, unglaublich. Ganz genau, ihr Lieben. Danke. So, das machen wir auch kaputt. Schöner Gastank. Wuii, immerhin. Wissen Jets habe ich erwischt? EIN! Boah, toll. Das kann ja was geben mit dem Zusatz hier. Ich bin begeistert. So, dann mailen wir uns einmal hier durch. Hm, da wollte ich jetzt nicht hin. AUSCH. Warte, jetzt habe ich eigentlich gepennt. Eigentlich hätte ich jetzt hier dann ein paar Jets mitnehmen können. So. Mit einem Bonus von 5 können wir doch, denk mal, uns den Generator hier einverleiten. Hui! Ja, aber lass mich vor, bitte den Generator hier platt machen. 30 Sekunden, ja, das dürfte hoffentlich reichen. Okay. Nein, jetzt war ich wahrscheinlich mein Bonus. Oder auch nicht. Juhu! Schade, ich habe gehofft, dass ich damit ein Jet erwische. Na, wer ist es diesmal? Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin, du bist gerade erst mal. Ich bin, du bist gerade. Ich bin, du bist gerade nicht. Ich bin, du bist gerade leer. Und ich bin, du bist gerade nicht. Juhu, Mothra! Ja, ich weiß, ich möchte Mothra gerne zerstören, aber ansonsten habe ich auch gerade so einen schönen hohen Bonus, den ich jetzt sehr, sehr ungern operieren möchte. Ach, scheiße, wir machen Mothra platt, oder? Wir haben zwar schön viel Zorn, aber... Juhu, der hat gesessen. Bam, dann fahren wir mal schön über die fröhliche Fresse. Ach, ich liebe es, Kaiju zu verpüren. Mothra zu zersägen. Also Mothra ist als Gegner, muss ich sagen, doch eher eine ziemliche Weichblute, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will irgendwie so wirklich was entgegensetzen, kenne ich mir ja nicht gerade. Wahrscheinlich habe ich es jetzt genau damit heraufgesprochen, dass er mir extrem was entgegensetzt. Oder auch nicht. Aber ich hoffe nicht, ich traute mich nicht zu lange. So, und jetzt habe ich ihn zersägt. So, schnell, wo ist der letzte Reaktor, oder? Ja, der Bonus ist weg, war klar. Oh, shit. Wenn ich jetzt einen Reaktor schaffe, dann kotze ich. So, ich mache jetzt einen Reaktor für was anderes, habe ich eh keine Zeit mehr. Swing! Oh, Mann, bitte, lass das was werden. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein, ey. Mann, mach inne! Komm, eine Kombo noch. Komm, komm, komm. Ja, oh Gott. Alter, war das knapp. Leck mich doch am Zügelli. Jetzt habe ich ein bisschen Puls. Ja, Zerstörung 87%. Aber ich habe dann... Hauptsache ist, ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Mein Herz, mein Herz. So, ein Quatsch. So, Gebiet Nummer 12. Level 5 steht an. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bin gerade viel zu aufgeregt und habe viel zu hohen Puls. Und ich muss erst mal runterkommen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wäre richtig geil, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr nichts. Nur so als Tipp. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski! Tschüssi. Tschüssi.